In diesem Video zeige ich dir das packende Kartenspiel Ten, damit du direkt starten kannst zu spielen. Los geht's! Bei Ten forderst du dein Glück heraus. Karte für Karte deckst du auf mit dem Risiko, dass die Summe der Zahlen auf den Karten nie mehr als 10, also Ten, betragen darf. So sammelst du Karten für deine Auslage, ersteigerst wertvolle Joker bei Auktionen und sorgst dafür, dass dein Geldvorrat möglichst gut gefüllt bleibt. Denn am Ende des Spiels werten alle Mitspielenden ihre längsten zusammenhängenden Zahlreihen pro Farbe und wie das gespielt wird, das zeige ich dir jetzt. Stelle zunächst die Karten für das Spiel zusammen. Je nachdem mit wie vielen Personen du spielst, benötigt ihr eine unterschiedliche Anzahl. Seid ihr zu viert, dann mischt einfach alle Karten zusammen. Spielt ihr nur zu dritt, dann sortiert bitte alle Karten mit diesem Symbol aus. Und seid ihr nur zu zweit, dann sortiere auch alle Karten mit diesem Symbol aus. Mische anschließend alle Karten gut durch und lege sie als verdeckten Nachziehstapel in der Mitte bereit. Platziere zudem die schwarzen Geldmarker und die weißen Verzocktmarker am Spielfeldrand. Gebe abschließend jedem Mitspieler 5 Geldmarker sowie eine Übersichtskarte. Und schon kann es losgehen. Bei 10 gibt es verschiedene Kartentypen, die du kennen solltest. Es gibt Zahlenkarten von 1 bis 9 in 4 verschiedenen Farben. Dabei kommen Karten mit einer niedrigen Zahl wie einer 1 etwas häufiger vor als Zahlenkarten mit einer hohen Zahl wie zum Beispiel einer 9. Zudem gibt es Joker-Karten. Joker, die eine Zahl abbilden, können für diese Zahl in jeder beliebigen Farbe genutzt werden. Und Joker mit einer Raute dürfen für eine beliebige Zahl in der vorgegebenen Farbe verwendet werden. Zudem gibt es den Superjoker. Dieser darf für jede Zahl in jeder beliebigen Farbe eingesetzt werden. Und zu guter Letzt gibt es noch die Geldkarten. Diese zeigen Werte von 1 bis 5. Bei 10 startet dein Zug immer mit der Aktion Karten umdrehen. Dazu ziehst du eine Karte vom verdeckten Stapel und legst sie offen in die Tischmitte. Danach darfst du entscheiden, ob du eine weitere Karte umdrehst oder doch lieber aufhören möchtest. Beendest du den Zug freiwillig, dann darfst du dir eine von zwei folgenden Aktionen als Belohnung aussuchen. Entscheidest du dich für Option A, dann darfst du dir alle Zahlenkarten aus der Reihe nehmen und diese nach Farbe sortiert und in aufsteigender Reihenfolge vor dir ablegen. Alle anderen Mitspielenden erhalten den Wert der aufgedeckten Geldkarten in Form von Geldmarkern aus dem Vorrat. Beachte, dass du während des Spiels nie mehr als 10 Geldmarker besitzen darfst. Überschüssiges Geld, das du erhalten würdest, geht leider verloren. Lege anschließend die Geldkarten für das restliche Spiel in die Spielschachtel, dieses Spiel nicht mehr mit. Entscheidest du dich für Option B, dann darfst du dir Geld in Höhe der Geldkarten aus dem Geldvorrat nehmen. Deine Mitspielenden erhalten in diesem Fall nichts. Lege anschließend die Geldkarten wieder für das restliche Spiel in die Spielschachtel. Die offenen Zahlenkarten werden jetzt an den Spielfeldrand gelegt. Diese bilden jetzt den offenen Markt, aus dem später gekauft werden darf. Hast du dich für Option A entschieden, darfst du dir jetzt eine Karte, die du noch nicht hast, aus dem offenen Markt kaufen. Dabei kostet jede Zahlenkarte Geld in Höhe der abgebildeten Zahl. Das heißt, eine 3 kostet 3 Geld und eine 9 kostet 9 Geld. Den Betrag dafür kannst du zum einen aus deinem Geldvorrat zahlen. Zum anderen kannst du deine bereits gesammelten Karten ebenfalls für den Kauf nutzen. Jede Karte ist dabei ein Geldwert und wird anschließend in die Spielschachtel gelegt. Zudem kannst du die Karten mit deinen weißen Verzockmarkern kaufen. Diese sind 3 Geldwerte und werden anschließend zurück in den Vorrat gelegt. Und wie du an Verzockmarker kommst, das zeige ich dir jetzt. Wie bereits erwähnt, darf die Summe der Zahlenkarten nie mehr als 10 betragen. Aufgedeckte Geldkarten werden von dieser Summe abgezogen. Sobald du eine Karte aufdeckst, die dazu führt, dass die Summe der aufgedeckten Zahlenkarten höher als 10 ist, dann hast du dich verzockt. Gleiches gilt für Geldkarten. Sollte die Summe der aufgedeckten Geldkarten höher als 10 sein, hast du dich ebenfalls verzockt. In jedem Fall endet damit dein Zug und die offenen Zahlenkarten werden auf den Markt gelegt. Außerdem erhältst du einen Verzockmarker aus dem Vorrat. Dieser zählt nicht zu deinem Geldlimit von 10 dazu. War die Summe deiner Zahlenkarten höher als 10 und du hast dich verzockt, erhalten alle Mitspielenden den Geldwert in Höhe der Geldkarten, die aufgedeckt wurden. War die Summe der aufgedeckten Geldkarten höher als 10, erhalten die Mitspielenden nichts. Die Geldkarten landen wieder in der Spielschachtel und der nächste Mitspielende ist an der Reihe. Immer wenn du einen Joker aufdeckst, wird dein Zug kurz pausiert und der Joker versteigert. Starten mit dem Spieler links von dir dürfen nun alle Mitspielenden einmal mit dem Geld aus ihrem Vorrat auf den Joker bieten. Mit dem höchsten Gebot gewinnst du die Auktion. Zahle dein Gebot und nehme dir den Joker. Lege diesen erstmal zur Seite, denn die Joker werden erst am Spielende einsortiert. Damit ist die Auktion zu Ende und der aktuelle Spielzug wird fortgesetzt. Das Spiel endet, sobald du die letzte Karte vom Nachziehstapel aufdeckst. Deinen aktuellen Zug darfst du dann noch zu Ende spielen. In unserem Beispiel entscheidest du dich für Option B, nimmst das Geld und legst die restlichen Karten in den offenen Markt. Abschließend dürfen alle deine letztes Mal eine Karte aus dem Markt kaufen. Jetzt darfst du all deine Joker in deine Zahlenreihen einsortieren. Gewertet werden pro Farbe nur deine längsten Zahlenreihen. Jede Karte gibt dabei einen Punkt. Sollte es dir gelungen sein, eine vollständige Zahlenreihe von 1 bis 9 gesammelt zu haben, erhältst du für diese Reihe einen Bonuspunkt und damit 10 Punkte. Solltest du jetzt die meisten Punkte erspielt haben, dann gewinnst du die Partie von 10. Für mehr Abwechslung findest du in der Anleitung auch noch eine kleine Variante, bei der du Karten kaufen darfst, obwohl du dich verzockt hast. Außerdem, wenn du mal Bock auf 10 hast, aber keinen Mitspielenden zur Hand, dann findest du in der Anleitung auch noch eine coole Solo-Variante. Damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Wenn dir das Spiel gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.